Diese Ausrüstungsmission, das ist ja eigentlich immer ganz schnell gemacht, eigentlich. Oh, da müsste jetzt nur so ein Loch sein da oben, dass ich da durchspringen kann. Ah, schade. Obwohl, ihr seid ja eigentlich, müssen wir ja gar nicht hinfahren, oder? Nö, braucht ihr nicht, wir sind ja da. Oh, ich muss ja einen riesen Bogen nach dem anderen fahren. So, wie weit noch? Ein paar hundert Meter. Warum, na, wirfst du mich immer raus? Dann fahr ich mir ja nicht an. So, einmal rechts abbiegen. Warum wirst du eigentlich rausgestiegen? Obwohl ich da ja nicht hinfahren brauch. Achso. Was das schneller geht, kann ich ja besser beim Bogen warten. Oh, ich muss nur leise machen. Achso. Ich fliege mit dem Hubschrauber rum. Ja, warte mal, ich nehme mal was Schallgedämpftes hier und dann... Aber kack, wenn du das mal machst. Einer guckt schön in meine Richtung. Das war nicht so schön, die konnten sich ja fast nicht sehen. Ja, hier ist der Eingang. Achso, da bist du ja. Betritt das Haus. Ach, unten. Ja, hier rechts, wo der liegt. Wo die Leiche liegt. Okay. Uh, ab ins Haus. Hallo. Ich war ja schon in der Stadt. Ich bin ja nicht mehr zurück bei der letzten Mission. Oh, der Heli steht da ja, ne? Wie kann man nochmal schleichen? Ja, den habe ich hier im Schlag. Dass sie hier abhauen. Musst du da drin auch schleichen, oder was? Ja, aber hier können sich zwei sehen. Ich weiß gar nicht, wie ich die... Brauchst du da drin eine Hilfe? Das weiß ich aber. Wahrscheinlich sind es eh nicht viele. Bloß ich kann das nicht... Obwohl, nee, die können sich nicht sehen. Das sind eine Wand zwischen. Ach, ich kann mich ja gar nicht mehr hoch, wenn ich bin. Wir machen gerade so einen Krach in der Höhe. Okay. Oh, das sind gleich im Anmarsch. Betritt das Haus. Komm, ich helf dir mit. Nee, leider nicht. Warum kommst du raus? Nee, ich muss doch noch irgendwas hier holen wahrscheinlich. Finde in den Tresor. Oh, hier ist alles von Bullerei. Ja? Versteh ich nicht. Wenn der Schuss... Ach so. Komm. So, jetzt sind wir hier. Und ich bin im Bad. So. Ich bin die Bullen los. Oh, auf mich schießen sie. Tresor, wo kann der denn nun sein? Wo ist er denn? Ach, hören sie es auch hier. Jens hat... Hat jemand in der Hose. Das schleichst du? Ja, der ist auch hier gekommen. Das sieht aus, als hättest du jemand in der Hose. Aber... Er öffnet... Ach, hier. Hier ist er. Und dann mach ich einen Heli klar, dass ich mich so einsammeln kann. Ach, da ist er okay. Da draußen ist aber jetzt mächtig was los, ne? Ich kann den Corona schon mal vorfahren, ne? Ja, oder Heli. Warte, warte, warte. Ich esse ein paar Snacks in der Zeit. Könnt ihr so einsteigen. Ich weiß nicht, der soll jetzt nicht gemütlich Snacks essen. Der soll... Oh Mann. Komm, warte, ein bisschen schneller. Siehste, ich bin voll... Voll hier neben ihm. Ja, der ist schon ein... Hehliger. Ja, ich schau gegenüber auch klar. Geh da weg! Ich hab drei Sterne. Ich auch. Ich nicht. Ich hab auch drei Sterne. Ich hab jetzt mal einen Fiend. Ich hab jetzt mal einen Fiend. Weg den Lester. Ja. Unter uns, aha, okay. Ja, für Ausrüstungsmissionen bietet sich so ein Heli durchaus an, ne? Also... Du bist schon ein bisschen flexibel, ne? Ja, komm jetzt schnell von A und B. Meistens, das meiste ist ja in der Stadt. Was machst du denn, Jens? Warte. Warte, ich hab mich schlafen. Für? Ein Bunker. Achso. Wieso denn raus springen? Guck das an. Da oben. Punkt Lando. Okay, gut. Wir analysieren den Laptop und finden das Test-Site. Stopp bei Planung, wenn du Tank-Shopping willst. Ja, ich wieder raus. Ich geh. Weiß nicht, ob eine Ausrüstung kommt oder Vorbereitung, aber... Ich glaube, eine Ausrüstung kommt. Also, diesmal viele Ausrüstungsmissionen, ne? Da reicht wieder ein Heli rein. Jawoll. Ja. Und dann geht's weiter. Ja, liebe Zuschauer, das war ja wieder eine kurze Ausrüstungsmission. Und, ja, die nächste... Vielleicht die letzte. Die folgt dann so gleich. Bis dann, ciao, ciao. Ciao. Hä? Okay,